Hi, Schule macht Medien, macht jetzt Erklärvideos oder Video-Tutorials. Dazu geht es heute um das hier und um das hier und das Ganze nennen wir iPad-Kaufberatung. Das heißt, wir kümmern uns um die verschiedenen iPads, um Tastaturen und Hüllen und den Eingabestift. Nein, die Stifte. Viel Spaß, jetzt geht's los. Hier sei der Hinweis noch gestattet, dass dieses Video natürlich eigentlich für unsere eigene Schule, deren Schülerinnen und Schüler und Eltern, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften gedacht ist. Aber wir dachten uns, ja, iPad in der Schule, Kaufberatung, das interessiert sicherlich auch andere Schulen, weil viele in diese Richtung gerade gehen. Wir haben dazu ja auch eine Podcast-Episode gemacht, aber auch hier muss man darauf verweisen, dass wir eine zu einer Alternative gemacht haben, die sicherlich auch sehr empfehlenswert ist, nämlich der sogenannte Lernstick. Also beide Episoden sehr zu empfehlen, die sich mit diesen beiden alternativen Wegen für IT in der Schule und 1 zu 1 Ausstattung von Schülerinnen und Schülern beschäftigen. Vorweg noch der Hinweis auf den YouTube-Kanal von Apfelwelt. Hier gibt es ein super Video. Dort wird das iPad 2019, also das Einsteiger-iPad, was ich ja sowieso empfehlen würde, mit dem iPad Air und dem iPad Pro verglichen. Alle drei Geräte sind fast gleich groß, alle drei Geräte sind fast gleichzeitig erschienen. Das iPad Pro 2018, die anderen beiden 2019 und hier wird sehr schön auf die Unterschiede eingegangen und auch überlegt, für wen ist denn welches Gerät sinnvoll. Kann ich sehr empfehlen. Okay, los geht's. Kleiner Tipp noch zu Beginn. Es gibt den sogenannten Screencasts bei iPadOS und bei iOS und das ist im Control Center zu finden oder im Kontrollzentrum oben rechts, dieser komische Punkt hier. Und jetzt wird aufgenommen. Kann man alles unter Einstellung, Kontrollzentrum einstellen. So, wir gucken uns das Ganze an. Es geht um iPads und folgende iPads kann man im Apple Store finden. Das iPad Pro wäre quasi das Nummer 1a. Das gibt es nämlich mit 12,9 Zoll, also fast 13 Zoll. Das hat so Laptop-Größe von einem kleineren Laptop. Und es gibt es auch, das wäre 1b, mit 11 Zoll. Dann haben wir noch das iPad Air. Das ist nicht so leistungsstark wie das iPad Pro. Das iPad Pro ist aber auch ein Monster. Ja, das ist also vergleichbar mit einem sehr guten PC. Oder Laptop vielmehr. Das iPad Air ist immer noch stark und gut. Genauso leistungsstark ist das iPad Mini. Das ist eben eine viel kleinere Bauweise. Das gucken wir uns nachher ganz genau an. Und darunter kommt noch das sogenannte iPad, ohne irgendeinen Namenszusatz. Und die Preise sehen wir auch. Auch das Einsteiger-iPad geht mit 380 Euro. Ich nenne immer so circa Preise los. iPad Mini mit 450, iPad Air mit 550, das kleine iPad Pro mit 880 und das große iPad Pro mit 1100. Okay, welches Gerät ist denn nun für wen jetzt geeignet? Man könnte sagen, machen wir es uns einfach, das iPad ist das Ding für alle. Ja, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schülerinnen und Schüler. Warum ist das so? Weil das Preis-Leistungs-Verhältnis eben total stimmt. Wir gucken mal rein, was das Ganze kann. So, ich suche mal eine Farbe aus. Space Grey bedeutet eben von vorne schwarz, hinten silber. Silber bedeutet hinten silber und vorne weiß. Okay, Silber, Space Grey, ja, kleiner Unterschied. Und dann gibt es noch Gold. Das ist so ein Rosé-Gold eher vielleicht. War es mal, jetzt ist es richtiges Gold. Und dann vorne auch weiß. Kapazität? 32 GB. Das ist echt nicht viel. Und für Schülerinnen und Schüler mag das noch ausreichen. Da es ja kein Spielgerät ist, sondern ein Arbeitsgerät. Aber für Lehrkräfte, die vielleicht auch ein bisschen mehr Medien darauf ablegen möchten, würde ich sagen, es sollten schon 128 GB sein. Und rums geht der Preis hoch auf 480 Euro. Dernächst, dann kommen wir zur Konnektivität. Da gibt es hier sogenanntes Wi-Fi, also dass es nur über WLAN ins Netz gehen kann. Vom Kabel wollen wir gar nicht sprechen, es geht nur um WLAN. Oder Wi-Fi plus Cellular. Das bedeutet, es ist möglich, eine SIM-Karte einzuschieben. Und der Preisunterschied ist beachtlich hoch. Ich wüsste nicht warum. Man kann mit seinem Smartphone oder iPhone ruckzuck einen WLAN-Hotspot aufbauen. Und wenn man irgendwo unterwegs ist, über die mobilen Daten des Smartphones surfen. Und wozu braucht man dann dafür eine extra SIM-Karte? Die kostet Geld, weil sie entweder eine Partnerkarte zur eigenen SIM-Karte vom Smartphone ist oder sie kostet, also in einem Vertrag, oder sie kostet eben als Prepaid-Karte immer wieder extra Kohle. Und deswegen finde ich, nee, das ist überhaupt nicht nötig. Wi-Fi reicht. So, AppleCare, das ist so eine Art Versicherung. Das soll heute nicht Thema sein. Es gibt das natürlich, wenn das im Schulkontext für viele auf einmal angeschafft wird, für viele Lehrkräfte oder für viele Schülerinnen und Schüler, gibt es noch andere Möglichkeiten, Versicherungen abzuschließen. Die werden oft gar nicht gebraucht, weil die Geräte sind so stabil, so hochwertig, dass selten Schäden auftreten. Aber gut, wenn schon, denn schon, soll nicht heute das Thema sein. Wir gucken nochmal. Eine Gravur würde ich auch nicht hinzufügen, weil man möchte vielleicht das Gerät dann doch irgendwann weiterverkaufen. Und dann steht da, das ist Bens Gerät. Das wäre natürlich unpassend zum Weiterverkaufen. Okay, 10,2 Zoll ist dieses Gerät groß. Das ist relativ klein. Also es ist schon größer als DIN A5, aber nicht besonders viel. Wir können uns die Abmessung mal genau angucken unter technischen Daten. Hier sehen wir nochmal die Farben. Und jetzt hier die Abmessung und auch das Gewicht. Also 17,4 cm breit und 25 cm hoch. Das ist, ja, relativ klein. Ich muss aber zugeben, ich arbeite seit fast zwei Jahren fast ausschließlich nur noch mit diesem iPad in dieser Größe. Etwas kleiner, weil ich das 2018er Modell habe. Das ist sogar noch kleiner. Mit 9, irgendwas, 9,7 Zoll glaube ich. Und hier haben wir ja 10,2. Gut. Also, das ist schon die super Empfehlung. Wer mehr nicht wissen will, kann jetzt schon aufhören zu gucken. iPad Mini. Das ist so ein bisschen so ein Nischenmodell meiner Meinung nach, weil es ist relativ klein. Die Farben sind identisch. Aber wir haben eine größere Speicherausstattung hier. Damit ist sozusagen die Festplatte gemeint. Aber technisch ist das nicht der richtige Begriff. 64 GB für 450 Euro. Das ist gut. Also die 64 wären auch schön gewesen beim iPad, beim Einsteiger-iPad. Aber, na gut. Die 256 GB müssen es sicherlich nicht sein. Hier würde ich dann auch wieder Wi-Fi aussuchen aus den erklärten Gründen. Und dann gucken wir uns auch einmal schnell noch die technischen Daten an. Jedenfalls die allerwichtigsten, nämlich die Dimensionen, also die Abmessungen und das Gewicht. 13,4 cm nur breit und circa 20,3 cm hoch. Das ist ein Gerät, habe ich mal gehört, auf einer Fortbildung. Das setzen Sportlehrkräfte gerne ein, weil die sind ja so gern draußen und mit ihrem Sportunterricht an der frischen Luft und so und wollen da nicht viel Geräte mitschleppen oder Material. Jaja, Klischees, ne? Aber es gibt solche Leute und natürlich ist das auch nicht falsch. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Gründe für das iPad Mini. Wenn man sich das vorstellen möchte, wie das aussieht, dann überlegt mal, wenn ihr in einem Restaurant seid oder in einem Café und eure Bestellung wird aufgenommen, das passiert ganz häufig mit so einem kleinen Gerät, was die Kellnerin oder der Kellner in der Hand hat und das ist eben ganz, ganz, ganz häufig ein iPad Mini. Um die Größe mal abzuschätzen. Das nächste ist das iPad Air. Und jetzt ist wirklich die Frage, muss ich ein iPad Air haben oder reicht nicht das normale iPad? Ja, schwer zu beantworten. Das iPad Air ist eben ein bisschen stärker, deutlich leistungsstärker, genauso wie das iPad Mini, deutlich leistungsstärker als das iPad. Es ist aber fast gleich groß. Insofern gibt es kaum Unterschiede. Aber man hat 64 GB statt 32 GB in der Ausstattung, in der einfachsten jedenfalls. Technische Daten, die sind fast schon überflüssig, weil wir haben jetzt 10,5 statt 10,2 Zoll Bildschirmdiagonale und deswegen gucken wir auch hier nochmal zum Vergleich rein. 17,4 x 25 cm. Ja, das ist wirklich fast identisch mit dem iPad. Es ist eben ein bisschen größer und ein bisschen oder deutlich schneller nochmal. Einfach eine Klasse besser. Entsprechend teurer. Gut, und jetzt kommt das letzte Modell und zwar das iPad Pro. Das fängt bei 880 Euro an und auch hier ist natürlich interessant zu sehen, oh ja, es gibt andere Farben übrigens, nur Space Gray und Silber, also weiße und schwarze Front. Oh nein, was sage ich denn hier? Nur weiße oder nur schwarze Front und die Rückseite eben in Silber oder in Space Gray. Hier fangen wir an mit 128 GB Speicher. Was Kleineres gibt es gar nicht. Und das ist auch genau richtig so, weil das iPad Pro ist ein Laptop-Ersatz. Es ist genauso leistungsstark wie ein Laptop und nicht wie ein billiger Laptop, sondern wie ein guter oder sehr guter Laptop. Von daher, ich will nicht sagen, der Preis ist gerechtfertigt, aber ja, so kann man das ungefähr dann halt einschätzen. Nicht wahr? Hier gibt es zwei verschiedene Größen. Einmal 11 Zoll, das gucken wir uns jetzt an und dann später nochmal das 12,9 Zoll Gerät. Technische Daten sind versteckt, habe ich es übersehen? Nein, hier geht es los. So, das kleinere 11 Zoll Gerät hat eben 17,8 x 24,7 Größe. 11 Zoll zu 10,5 Zoll beim iPad Air und 10,2 Zoll beim iPad ist jetzt auch nicht so viel größer. Das sollte man schon bemerken. Hier sage ich eigentlich mal Mann. Also das sollte bemerkt werden. Okay, aber es gibt ja noch das größere Modell und das, das macht Sinn. Warum und wieso und für wen? Für Schülerinnen und Schüler nicht. Für Lehrkräfte ja. Warum? Also, das kostet so viel Geld, das kann ich mir nicht vorstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler dieses Geld aufbringen werden, beziehungsweise deren Eltern. Von daher, es sollte schon so sein, meiner Meinung nach, dass alle das gleiche Gerät benutzen und deswegen bitte das iPad. Bei Lehrkräften ist das schon eher möglich. Ich bin der Meinung, sowohl das kleinste iPad, das Einsteiger-iPad, ersetzt vollständig den Laptop, den man vorher benutzt hat oder den Computer. Zumindest für die Tätigkeiten, die eine Lehrkraft durchführt. Ja, es gibt kein CD-DVD-Laufwerk, aber dieses Medium ist eh vorbei und das muss über andere Wege rein ins iPad oder in irgendeine Cloud. Von daher, lasst doch bitte euren aktuell bestehenden PC oder was auch immer ihr habt, schön heile stehen auf eurem Schreibtisch oder stellt ihn in die Ecke und wenn ihr ihn braucht für eine DVD, dann holt ihn raus. Aber ansonsten nicht mehr nötig. Dieses Gerät mit 12,9 Zoll hat ungefähr DIN A4 Größe, wir gucken uns die Dimensionen gleich an und wenn man eben das Ganze ersetzt, also den Computer zu Hause mit seinem großen Bildschirm oder dem großen Laptop ersetzt, dann sollten es schon die 13 Zoll oder 12,9 sein. Ansonsten wird es echt zu klein. Das merke ich jetzt so nach anderthalb Jahren Arbeit, doch, dass ich das eigentlich zu klein finde und von daher ist das vielleicht schon besser, wenn man dieses 12,9 Zoll Display hat. 128 GB Speicherkapazität ist gerade noch okay. Hier könnte man für 100 Euro, na 110 Euro sagen, ich nehme nochmal die Größe Variante, aber jeder, was er mag. Mittlerweile kann man auch externe Speichermedien anschließen an alle Geräte, an alle iPads. Das läuft noch nicht so rund. Mal gucken, was die WWDC, die Weltentwicklerkonferenz von Apple, die in den nächsten Tagen beginnt, hier Neues bringt mit iOS 14. Schauen wir mal. Aber es geht in der Theorie. Außerdem gibt es ja Cloud-Speicher. So, den Rest kennen wir schon und jetzt gucke ich auch hier mit euch in die technischen Daten. Denn das ist wichtig, meiner Meinung nach. Wir müssen wechseln auf das 12,9er und jetzt sehen wir folgendes. Abmessung und Gewicht. 28 cm hoch, 21,4 cm breit. Das sind fast DIN A4 Maße und insofern stellen wir uns mal einfach einen DIN A4 Schreibblock vor und legen ihn auf den Tisch und dann haben wir ziemlich genau ein iPad vor uns liegen. Zumindest was die Dimensionen angeht. Gewicht, naja, 641 Gramm. Keine Ahnung, was so ein Block wiegt. Aber könnte vielleicht ähnlich sein. Ja, das ist das iPad Pro und da könnte man schon mal drüber nachdenken. Aber wir werden schon noch wieder davon wegkommen. Denn, wie gesagt, es geht um die Bildschirmgröße, zumindest für Lehrkräfte. Und hier gibt es noch eine andere Möglichkeit. Wir können das iPad, und damit meine ich alle, an einen externen Bildschirm anschließen. Oder Fernseher, Display, was auch immer man heute sagen möchte. Oder Frau, verdammt nochmal. Ganz egal. Dafür braucht man dann den entsprechenden HDMI-Adapter. Das ist schon eher ein Problem, weil, wenn man den Original von Apple kauft, ist der sau teuer. Ich weiß jetzt den Preis nicht ganz genau. Ich könnte nachgucken, das dauert mir aber zu lange jetzt. Ich glaube 50 Euro. Wahnsinn, oder? Es gibt auch günstigere HDMI-Adapter. Allerdings ist es dann so, wenn man die bei Ebay irgendwo schießt, sind das irgendwelche Billig-China-Geräte. Ich habe auch so einen. Das funktioniert auch eigentlich tadellos. Allerdings gibt es so DRM-geschütztes Material. Also zum Beispiel, wenn man bei Netflix oder irgendeinem anderen Amazon Prime Video oder so, wenn man dort geschützte Inhalte anschauen will, dann kann man die mit so einem nachgekauften Adapter wohl nicht auf einen Bildschirm übertragen. Das ist aber ein Versuch wert. Man kann ja erstmal 12 Euro ausgeben, so wie ich, und dann gucken, ob es klappt. Und wenn es nicht klappt, ja, Pech, dann muss man sich für solche Dinge eben dann halt einen anderen Adapter kaufen. Aber eigentlich geht es ja hier um Schule und da sind ja Videos schauen jetzt nicht die erste Wahl. Aber so ganz von der Hand zu weisen ist es nicht. Es gibt ja immer mehr Mediatheken und so weiter und warum nicht auch mal einen guten Film, eine gute Dokumentation im Fremdsprachenunterricht schauen, die bei Netflix oder Amazon ist. Das ist nicht ganz ausgeschlossen. Von daher müsste man sich schon an dieser Stelle Gedanken machen. Und dann würde ich auch noch ergänzen, es gibt ja auch noch Apple TV. Wenn ich jetzt von Schule ausgehe, dann würde ich auch sagen, ist ein Apple TV in jedem Raum vorhanden. Also das wäre natürlich die Wunschvorstellung. Und dann wird das Ganze kabellos übertragen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Mittlerweile kann man sogar Tastatur und Maus per Bluetooth anschließen. Ja, Maus. Wir gucken gleich mal in die Tastaturen rein, die es gibt als Zubehör. Und jetzt wird das Ganze schon wieder spannend. Also mein Fall ist gerade der, und der ist vielleicht interessant für andere Lehrkräfte, mir ist das Display vom kleinen iPad, vom Einsteiger-iPad für 379 Euro zu klein. Aber ich besorge mir jetzt eine Tastatur, die habe ich zwar schon, aber eine große, regulär große, normale Tastatur und eine Maus per Bluetooth, wird die dann angeschlossen ans iPad. Und dann das Ganze noch entweder per HDMI-Kabel mit Adapter oder über Apple TV drahtlos übertragen auf einen Computer-Monitor, auf einen Display. Ja, und dann, wenn ich mit dem Finger nicht mehr drankomme ans iPad, weil Tastatur und Maus neben mir liegt, ja, das macht doch nichts. Dann habe ich halt eine Maus. Ja, insofern, das werde ich mal ausprobieren. Das könnte ein Weg sein. Und dann, dann ist das iPad und das iPad Mini und das iPad Air in einer ganz anderen Liga angekommen, weil es dann tatsächlich den PC, den Laptop, ersetzt. Das iPad Pro tut das sowieso schon. Allerdings, jetzt gucken wir mal weiter. Das Magic Keyboard, was ganz neu rausgekommen ist, für das iPad Pro mit 12,9 Zoll, soll 399 Euro kosten. Für das kleinere iPad Pro 399 Euro. Das ist ja der Wahnsinn. Also da müssen wir mal kurz mal gucken, warum ist das denn so teuer. Das ist eine Tastatur mit einem Touchpad. Da ist auch ein Akku noch drin, der das iPad Pro stützt, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das sieht eben fantastisch aus. Ist superklasse. Ein saugeiles Gerät. Aber muss man dafür so viel Geld ausgeben? Apple meint möglicherweise, so begründen das einige Leute, zum Beispiel die Herren vom Apfelfunk, dass man dann mit der Tastatur, diesem Magic Keyboard und dem Apple iPad Pro ein MacBook vor sich stehen hat. Und da müssen ähnliche Preise gezahlt werden. Das heißt noch lange nicht, dass die Tastatur den Preis wert ist. Aber so kann man nachvollziehen, warum solche Preise aufgerufen werden. Wer es kauft, hat definitiv genug Geld. Das würde ich mal festhalten. Aber es ist gar nicht nötig. Ich habe ja eben den Workaround genannt mit externem Monitor und einer anderen Tastatur. Außerdem gibt es noch so viele andere Tastaturen. Schauen wir mal rein, was hier noch so im Apple Store zu finden ist. Tastatur in Produkten. Da gibt es zum Beispiel die Firma Bridge, die für das iPad Air auch ein ziemlich teures Gerät anbietet. Ich will die jetzt nicht alle im Detail zeigen, aber so langsam nähern wir uns den normalen Kosten. 140 Euro für eine Tastatur ist schon ganz schön viel. Je nachdem, was für ein Gerät man hat, kostet es eben mehr. So, jetzt sind wir schon bei Logitech Keys2Go. Die kostet 70 Euro. Hier ist nochmal die Slimfolio von Logitech für 120 Euro. Naja, hier gibt es verschiedene, die entsprechend echt viel Geld kosten. Aber dabei bleiben wir jetzt mal nicht. Gut, dann gehen wir mal rüber zur Konkurrenz. Nämlich bei Amazon gibt es zum Beispiel dieses schicke Gerät. Kostet 33,99 Euro. Das habe ich gerade im Einsatz seit zwei Jahren und das erfüllt total seinen Zweck. In der Anmoderation von diesem Video-Tutorial Erklärvideo konnte man das auch sehen, wenn es zugeklappt ist. Tastatur mit Hülle in 1 ist echt super. Finde ich fantastisch. Hat zwei Winkel und so sieht es aus, wenn es zugeklappt ist. Das ist wirklich gut. Würde ich für Lehrkräfte sehr empfehlen und dann sind wir eben nicht bei 400 Euro oder 180 Euro, sondern bei unter 40. Das ist doch vernünftig. Es gibt natürlich noch mehr. Ich hätte hier noch ein anderes. Das habe ich mal probiert. Hat mir nicht so gefallen. Ist halt in schwarz. Gut, schön. Ja, da kann man auch diesen Stift noch mit reinklimmen. Warum denn auch nicht? Allerdings muss ich sagen, die Tastatur, die sieht man, die ist ja schon fast schon schief drauf. Die kann man eben... Na, wollen wir ein Bild dafür sehen? Ja. Die kann man eben verschieben und auch abmachen. Und dann ist sie super leicht und nett. Und die Hülle vom iPad ist eben noch kleiner und schmaler. Allerdings, gerade beim Pendeln finde ich das doof. Ja, da brauche ich eine ganz stabile Situation. Oder wenn man auf dem Sofa sitzt und hat das Ganze auf den Beinen, wenn ich in einer Gesamtkonferenz sitze und schreibe mit oder tippe irgendwas oder so, dann brauche ich das auf dem Schoß, auf dem Stuhl und dann muss das fest und stabil sein. Und dafür ist diese Hülle nichts. Deswegen ging sie auch zurück. Auf den Tisch? Wunderbar. Kein Problem. Da könnte ich mir noch was anderes vorstellen. Es soll ja nicht nur um Lehrkräfte gehen, sondern auch um Schülerinnen und Schüler und da wäre mir doch sowas lieber. Ich nehme eine schöne Hülle wie diese rote da unten für 12 Euro und dazu eine Tastatur, zum Beispiel diese hier. Die ist winzig klein, hat dieselben Dimensionen wie das iPad von der Breite her und da kann man drauf schreiben. Ja, also ich komme damit klar. Wenn es jetzt ein sehr großer Mensch mit riesigen Händen ist, der wird Schwierigkeiten haben, aber das wird ja auch auf der Bildschirmtastatur ja auch. Also die ist okay, muss ich ehrlich sagen. Der Akku hält ewig. Das ist aber bei allen Tastaturen so und kostet 21 Euro. Das ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Oh, die gibt es sogar in weiß. Wer ein weißes iPad hat, warum denn nicht? Okay. Für Schülerinnen und Schüler stelle ich mir vor, dass die alle so eine günstige Tastatur sich kaufen. Ob das diese oder eine andere ist, völlig egal. Stecken die in ihre Tasche, zum Beispiel in so eine da steckt mein gesamtes iPad drin mit dieser Hülle, die wir vorhin gesehen haben, dieser Tastaturhülle. Und ja, wunderbar. Dann kommt die in den Schulranzen und nur dann, Schultasche, Entschuldigung, Rucksack, wenn man die Tastatur braucht, holt man sie raus. Ansonsten ist sie da drin versteckt. Ja, das dazu. Jetzt nochmal zur Hülle. Da ist noch etwas wichtig. Jetzt gehen wir mal zurück zu Apple. Weil in der Grundschule gibt es so ganz dicke, starke, gummierte Hüllen von Schulen, die iPad-Koffer haben oder so etwas, so eine Lösung. Ist in Ordnung. Muss auch sein. Die werden da vielleicht mal runtergeschubst, runtergeschmissen. Das kann mal passieren. In den weiterführenden Schulen, Sack 1, finde ich das nicht mehr gut. Ja, das ist kein, da kann man kein 5 cm Gummistück um das iPad rum schnallen. Das ist dann nicht so richtig praktikabel. Wenn man es selber mit sich rum trägt und mobil auch benutzen will. Nein, dann, finde ich, muss man eine andere Hülle haben. Und deswegen gucke ich hier mal nach unter Case. Hier gibt es ein paar und die sind auch allesamt nicht günstig. Die Otterbox ist so das Nonplusultra. Das ist echt mega fett und ich glaube, das kann man sogar ins Wasser werfen. Aber 100 Euro für eine Hülle, nee, das ist zu viel. Beispiel die STM Dux Shell. Die ist schon, finde ich, sehr vernünftig. Man sieht, die ist richtig dick gummiert an den Seiten. Hat noch Platz für den Stift. Das ist wirklich eine sehr gute Hülle. Die finde ich angemessen für Schülerinnen und Schüler. Man sieht, hier kann man auch den Logitech Crayon reinstecken, den anderen Stift. Über den sprechen wir ja auch gleich noch. Also das ist wirklich eine Empfehlung wert, würde ich sagen. Ich habe gerade noch eine schöne Hülle gesehen, die kannte ich noch gar nicht. Tech 21 Evo. Wie sieht die denn aus? Das ist auch ganz nett. Hinten dran der Stift, aber das ist natürlich viel zu gefährlich. Da fällt der Deckel ab vom Stift. Der wird verbogen und so. Nein, also das kann ich nicht empfehlen. Sieht ganz schick aus. Kann man tragen. Okay. Scheint auch ein bisschen gummimäßig zu sein. Der Winkel ist möglicherweise gut verstellbar. Also das ist auch keine schlechte Idee. Das mit dem Stift würde ich aber auf keinen Fall machen. Das wäre mir viel zu gefährlich, dass der da abbiegt und zerbricht und so. Aber, uh, sie gibt es in Rot. Das wäre natürlich was für mich. Naja. So, nicht groß ablenken. Das hätten wir. Und jetzt geht es noch um den Stift. Ja. Der Stift. Da müssen wir nochmal zurückgehen zu den iPads. weil es gibt diesen Logitech Crayon, den ich am Anfang gezeigt habe. Der ist kompatibel zu dem Apple Pencil 1 oder First Generation. Und jetzt ist die Frage, welches iPad nimmt welchen Stift? Denn es gibt auch den Apple Pencil 2 und die Leute, die dieses Video sehen, werden wahrscheinlich schon den Apple Pencil 3 kennen. Es gibt nämlich Gerüchte, dass der Ende Juni vorgestellt wird bei der WWDC. Na gut. Der Apple Pencil 1 und der Logitech Crayon geht für die drei Geräte iPad, iPad Mini, iPad Air. Aber nur ab dem Baujahr 2018 für das iPad, ab dem Baujahr 2019 für das iPad Mini und iPad Air. Beim iPad Pro gibt es den Apple Pencil 1 auch im Einsatz und zwar nur für das Apple iPad Pro von 2017. Für das 2018er und das aktuelle 2020er iPad Pro kann man den Apple Pencil 2 benutzen oder Second Generation. Der kostet 130 Euro. Im Vergleich dazu kostet der Apple Pencil 1 100 Euro und der Logitech Crayon 70 Euro. Alle Apple Geräte sind sehr preisstabil, egal ob Zubehör oder normales Gerät wie iPad. Das bedeutet, in anderen Geschäften wird man die nicht für sehr viel weniger bekommen. Es lohnt sich also auf jeden Fall erst einmal den richtigen Original Apple Preis hier zu sehen, die UVP, um dann in anderen Geschäften und Online Stores und so weiter zu gucken, wo gibt es etwas noch billiger. Dazu kommt noch, dass man als Lehrkraft 5% Rabatt bekommt, wenn man eben nachweisen kann, dass man eine Lehrkraft ist. Das ist gar nicht so schwer, da kriegt man den entsprechenden Schrieb von der Schule und kann dann im Apple Store selber das machen. Muss man eventuell hinfahren, gibt es ja nicht in jedem Dorf. Hier in Hannover, in der Nähe, wo ich wohne, gibt es so etwas. In Bremen zum Beispiel schon wieder nicht. Aber da gibt es vielleicht einen zertifizierten Apple Partner, der das ebenfalls kann und das muss man sich eben gut überlegen. Die DEP Nummer braucht man nicht beim Kauf, weil die nur jemand benutzen kann, der als Schulträger beispielsweise Geräte einkauft. Wenn die Schule diese Geräte einkauft mit der Schul-DEP Nummer, okay, auch gut, das kann ich nur empfehlen, aber wenn man privat so ein Gerät kaufen muss und in dieser ungünstigen Lage sind wir ja alle, dass wenn wir mit iPads in der Schule arbeiten wollen, weil Schüler kriegen ja auch alle eins, dann müssen wir es eben privat bezahlen. Das finde ich absolut falsch, Dienstgeräte müssten vom Dienstherrn gestellt werden oder vom Schulträger, streitet euch drum, aber eben nicht privat von mir. Nun gut, was soll das Genöle? Es ist so und deswegen muss ich mich damit abwenden und empfehle euch allen jetzt, was man kaufen könnte. Ich würde auf jeden Fall den Logitech Crayon kaufen und deswegen müssen wir nochmal schauen, wie der aussieht. Erstmal machen wir das hier, schauen uns die Apple Pencils nochmal schnell an. Es gibt ein extra Video, was ich schon gemacht habe vor einiger Zeit, wo man beide Stifte vergleicht, diesen Apple Pencil 1 und den Logitech Crayon. deswegen will ich nicht zu viel hier dazu sagen, aber die Preise will ich jetzt einmal zeigen. Oh, 135 kostet sogar der Apple Pencil 2, nicht 130 und im Vergleich dazu Logitech Crayon im Apple Store für 70 Euro. An dieser Stelle wäre noch wichtig, etwas zu den Gebraucht-Geräten zu sagen, denn man kann sich ja so einen Stift oder ein iPad oder was auch immer auch alles gebraucht besorgen, bei Ebay Kleinanzeigen, bei Ebay, teilweise auch bei Amazon und sonst woher. Und da muss ich sagen, lasst es bleiben. Es ist alles Elektro-Kram, das heißt, der Akku ist ganz, ganz wichtig und wenn man privat irgendwas kauft, hat man keine Garantie, wenn der Akku schrottig ist, dass man das Gerät zurückgeben kann. Alternative ist, wenn man Refurbished-Geräte kauft, das heißt, wieder aufbereitete Geräte. So etwas bietet Apple sogar selbst an, wenn auch kaum iPads zu kriegen sind, weil die Dinger sind so gut, die gibt halt keiner zurück, sondern verkauft sie weiter oder macht einen Trade-In. Trade-In heißt, in Zahlung geben, das gibt es auch ganz oft. Also ich könnte mir jetzt überlegen, ja, mein iPad ist mir zu klein, ich habe Geld über, ich will mir das iPad Pro kaufen und dann gebe ich mein iPad eben in Zahlung. Und dann wird mein iPad irgendwann als gebrauchtes Gerät, als Refurbished von Apple weiterverkauft. Das ist eine super Idee, wenn es kaputt ist, dann wird es eben, oder zu schrottig, wird es eben mit einem Roboter auseinandergebaut, in verschiedene Einzelteile zerlegt, seltene Erden und so weiter. Im Transparency Report von Apple kann man das nachlesen und es gibt Videos dazu und Berichte bei Heise und so. Ist alles schön, kann man glauben oder auch nicht, Apple ist eine Religion, ganz klar. An dieser Stelle sei auch nochmal aufs Ecosystem verwiesen, wenn man anfängt mit einem so einem Gerät, wird man ganz schnell reingezogen und möchte gerne noch andere Sachen haben. Da komme ich zum Schluss nochmal drauf zurück, auf den guten Kollegen MKBHD. Bitte erinnere mich dran, Ben, dass du das auch machst. Ja, mache ich, alles klar. Okay, also, Gebrauchtgeräte, keine schlechte Idee, aber bitte nur von einem Händler kaufen, entweder von Apple oder von anderen. Ich habe mir ein iPhone gekauft bei Refurbed zum Beispiel, die pflanzen sogar einen Baum für mich irgendwo im Regenwald, wo schon was abgeholzt wurde. Gute Sache, kann man machen und da habe ich dann ein Jahr Garantie und kann mit diesem Kram dann weiterarbeiten. Kann es zurückgeben, wenn ich merke, geht nicht und so. Wollen wir mal kurz gucken bei Refurbed. Habe ich den noch auf? Nein, gut, dann machen wir den mal kurz. Refurbed.de sogar. Ist aber, glaube ich, eine österreichische Firma. So, hier kriegt man eben alle möglichen gebrauchten Sachen und jetzt schreibe ich mal iPad rein. So, und jetzt wird es interessant. Hier sehe ich das iPad 5 von 2017. Schöne Idee, aber hier gibt es keine Stifteingabe. Ja, von daher durchgefallen. Machen wir nicht. iPad Pro von 2016. Keine Stifteingabe. Machen wir nicht. iPad Pro von 2015. Tschüss, keine Stifteingabe. iPad Pro 10.5 und 2017. Hier gibt es eine Stifteingabe. Ja, sind alles noch nicht so interessante Geräte. iPad Mini 5. Da weiß ich gar nicht genau, von wann das ist. Deswegen lasse ich das mal weg. iPad Air 1, 2, Mini 3. Ah, jetzt, ja. eine Insel. So, jetzt wird es spannend. iPad Pro 12.9 von 2018. Hier steht 177 Euro sparen. Oh, das klingt aber gut. Da gehen wir mal rein. Und jetzt wird es doch interessant, nicht wahr? Denn, wir sehen, man kann den Arbeitsspeicher sogar noch wählen. Nicht nur die Festplattenkapazität. Die ist hier noch weiter unten bei 64 Gigabyte. Das Teil, da soll man 177 Euro sparen und zahlt 921 Euro. Wir erinnern uns, das 2020er iPad Pro 12,9 Zoll kostet 1099 Euro Einstiegspreis. Über Arbeitsspeicher habe ich gar nicht gesprochen. Nehmen wir mal an, es wären 4 Gigabyte. Ich glaube, es sind sogar mehr, aber egal. Und, was haben wir noch? 128 Gigabyte Speicherplatz für 1099 Euro. Und hier wird jetzt behauptet, man würde 177 Euro sparen und es wären ja 1099 Euro normalerweise zu zahlen. Also, das ist Marketing, nicht wahr? Wenn man sich beide Geräte nebeneinander stellen würde, dann würde man merken, Moment mal, Moment mal, Moment mal, hier werden Apple mit Birnen verglichen, das ist nicht so ganz okay. Trotzdem, überlegt es euch, dieses Gerät ist schon mal benutzt worden. Es ist eben refurbished, die nennen das hier refurb, weil ihre Firma so heißt. Es kostet eben nicht 1099 Euro, sondern nur 921 Euro. Wo sind eigentlich die 177 Euro, die da gespart wurden? Ich verstehe es nicht. Also, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Diese 177 Euro. Das könnte man sich überlegen, aber bei dem Speicherplatz muss ich sagen, ne, das ist zu wenig. Wenn ich jetzt auf 256 gehe, dann wird es schon eher interessant, dann bin ich bei 1000 Euro, bin also noch 100 Euro drunter unter dem 220er neuen iPad Pro und habe aber schon die doppelte Speicherkapazität und hier steht sogar 24 Monate Garantie. Also, das ist doch ein Gerät, da könnte man mal drüber nachdenken. Gut, was gibt es noch zu sagen? Wir hatten jetzt die iPads im Vergleich, wir hatten die Tastaturen, wir hatten die Hüllen, wir hatten den Stift und haben mal so ein Beispiel für ein Gebrauchtgerät gezeigt. Schließlich muss man hier auch irgendwie ein bisschen nachhaltig denken, man kann diese Geräte fast nicht reparieren und wenn, dann kann es eigentlich nur Apple und das kostet eine Menge Geld, zumindest wenn es außerhalb der Garantie passiert und der Akku gewechselt werden muss, das ist meistens kaum zu bezahlen. Da kann man lieber ein Trade-in machen und sich ein Neues kaufen, aber gut, das habe ich Gott sei Dank nicht gehabt, in dem Fall müssen andere berichten. Eine Sache fehlt aber noch, deswegen gehe ich zurück in den Apple Store und zwar die Frage, muss ich eigentlich ein iPhone haben, wenn ich ein iPad habe und die Frage muss ich sofort und ganz schnell mit Nein beantworten. Behaltet doch bitte eure Android-Phones, ja? Das ist völlig okay, man kann mit einem Android-Smartphone einen WLAN-Hotspot aufmachen und mit dem iPad dann da rein. Dann braucht man keine SIM-Karte ins iPad stecken und nicht viel Geld ausgeben extra nochmal, das ist total in Ordnung. Und dann kennt man beide Systeme, ist vielleicht auch nicht schlecht. Wenn man aber meint, ich möchte das gerne haben, denn was man auch sagen muss, natürlich arbeiten die gut zusammen, das ist gar keine Frage, aber es ist nicht notwendig. Wenn man sich eins kaufen möchte, möchte ich euch eins empfehlen und das ist das iPhone SE. Das ist brandneu, das ist gerade erst im Frühling 2020 auf den Markt gekommen. Das ist eigentlich ein iPhone 8 mit etwas aufgehübschter Hardware, aber ansonsten sieht es noch genau so aus, das ist wirklich genau dasselbe. Kann ich nicht anders sagen, wenn man sich das anguckt, das sieht aus wie ein iPhone 8 und das ist es im Prinzip auch. Aber es ist ein bisschen schneller und ein bisschen besser und es ist nagelneu. Das bedeutet, mit dem Gerät kann man wieder fünf Jahre arbeiten und es ist vor allen Dingen halt relativ günstig. Ja, ich muss jetzt hier mal auf kaufen gehen, um den richtigen Preis rauszufinden und mal sagen zu können 479 kostet das iPhone SE. Dieses Gerät wird fünf Jahre ungefähr, eher mehr, mit Systemupdates versorgt, mit Betriebssystemupdates. Andere Smartphones, nämlich Smartphones bei Android, werden ein, zwei, drei Jahre mit Betriebssystemupdates versorgt und weil diese Vielfalt bei Android verfügbar ist, gibt es sehr viele Geräte, gerade der Mittelklasse und der Einstiegsklasse, die können zwei Jahre lang Updates kriegen und dann ist es vorbei. Da gab es, glaube ich, kurz, ja, ich glaube, 2019 gab es, glaube ich, von Google die Ansage, es müssen jetzt immer zwei Jahre mindestens sein, aber zwei Jahre mindestens, das ist sehr, sehr wenig. Man stelle sich vor, wir würden ein iPad für die Schule anschaffen und nach zwei Jahren gibt es keine Updates mehr. Das kann man gar nicht vertreten. Und genau das ist eben, das Problem bei den Android-Smartphones und auch bei den Tablets, die es dort gibt, da kann man noch drüber reden, ob die besser oder schlechter oder billiger oder teurer sind, sind sie eigentlich nicht. Die sind nicht so leistungsstark wie die iPads, aber alleine die Problematik der Sicherheit, ja, dass eben die Betriebssystemupdates, die Sicherheitsupdates nicht so lange kommen, die ist auf jeden Fall problematisch und mit dem iPhone SE macht man eigentlich gar nichts falsch. Eine Sache kommt noch dazu, das ist jetzt ja ein günstiges iPhone, und normalerweise gibt es keine günstigen iPhones. iPhones sind alle eigentlich immer Top-Kategorie. Auch da hat man mittlerweile differenziert. Die aktuelle Linie ist ja iPhone 11 und iPhone 11 Pro. Das iPhone 11 ist sozusagen schon die günstige Variante und das 11 Pro ist dann eben die richtig sehr teure, noch etwas leistungsstärkere und das SE ist eben nochmal unter dem 11er. Insofern gibt es hier richtig jetzt eine Bandbreite von Geräten und verschiedenen Leistungsklassen. Aber man zahlt bei Apple nun mal extra. Man zahlt 150 Euro möglicherweise pro Gerät extra oben drauf, weil es eben Apple ist. Ja, und was bedeutet das? Das bedeutet, Apple hat ein anderes Geschäftsmodell. Apple verkauft Hardware und Software. Google bzw. Android verkauft die Daten. Das heißt, der Kunde ist das Produkt. Und dieses Geschäftsmodell muss man halt kennen und die Transparenz ist da nicht immer gegeben. Für mich ist das mittlerweile nicht mehr vertretbar, deswegen möchte ich kein Android Smartphone mehr haben, weil viel zu viele Daten abfließen und ich viel zu sehr durchleuchtet und getrackt und getraced und haste nicht gesehen werde. Das gefällt mir nicht. Da zahle ich lieber 150 Euro drauf und zwar für die Lebensdauer des Gerätes, solange ich das habe, zahle ich einen Einmalbetrag von sagen wir 150 Euro. Da kann ich mit leben. Ja, da möchte ich lieber einmal diesen Betrag bezahlen und nicht so durchleuchtet werden und ich finde das absolut okay. Beim iPhone SE ist das ja nicht mal so. Da ist das ja in Anführungszeichen so günstig mit 480 Euro. Da gibt es ja gar nicht diesen Aufschlag. Jetzt kann man sagen, okay, das Gerät hat nun wirklich nicht den neuesten Stand der Technik. Das gilt nicht für den Prozessor da drin ist, aber zum Beispiel für die Kamera oder dafür, dass das Design eben anders ist, dass das Display nicht so stark ist wie bei der Konkurrenz von Android, OnePlus zum Beispiel oder Samsung oder Huawei auch. Das ist schon richtig. Aber muss das unbedingt sein? Nein, muss nicht sein. Für die meisten Leute wird das iPhone SE total ausreichen und dann ist 480 Euro jetzt auch nicht gerade ein Zuckerschlecken, aber man kommt eben damit sehr, sehr, sehr lange sehr, sehr weit. Meine Empfehlung. Es gibt noch zwei kritische Sachen, die ich dazu beilegen möchte. Die Video Es gibt noch zwei Dinge, die ich dazu beifügen möchte und zwar gibt es einmal das Problem, dass man ja ganz schnell in dieses Ökosystem, so wird das immer genannt bei Apple, reinrutscht, weil habe ich ein iPad, will ich ein iPhone, will ich ein iMac, will ich ein MacBook, will ich ein ne, so geht das immer weiter, Apple TV und so und das ist so ein Sog, in dem man gerät und dessen sollte man sich wirklich bewusst sein. Deswegen habe ich auch angefangen mit, man kann ruhig Android und Apple kombinieren, das kann man gut machen. Wenn man sich dessen bewusst werden möchte, sollte man sich vielleicht mal von einem der besten YouTuber überhaupt, Marcus Brownlee, MKBHD, das Video The Ecosystem anschauen, mache ich in die Videobeschreibung rein, dann wird einem das ein bisschen klarer, was das bedeutet. Welche Gefahren, aber auch welche Vorteile da drin stecken. Beides. Es ist wirklich ambivalent. Genauso, wie eben schon begründet, wollte ich noch ein Video und einen Artikel aus der New York Times verlinken. Your apps know what you did last summer. Da gibt es ein schönes zusammenfassendes Video von Brian Lunduk zu. Ich kann immer noch nicht sagen, ob der Typ seriös ist oder nicht, aber der Artikel ist aus der New York Times und den kann man ja lesen. Von daher, er bezieht sich auf diesen Artikel und das wollte ich auch nochmal zeigen, ganz kurz. Dieses Video, da ist der Mann. das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert. Er vergleicht nämlich hier Android und iOS oder Android und iOS which one spies on you more und das ist nichts, was er selber macht, sondern er nimmt einfach diesen New York Times Artikel und da tut er dann so ein bisschen sich drüber ausmehren, wo es hier drum geht. Aber er hat ihn nicht verlinkt, schade. Naja, das kann ich ja machen. Gut. Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch einen weiteren Shop empfehlen, nämlich AFB, Arbeit für Menschen mit Behinderung. Das denke ich mir, macht schon Sinn, hier auch mal auf solche Projekte hinzuweisen. Hier kann man auch iPads kaufen und auch viele andere Dinge, denn wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Lehrkräfte zu Hause einen Arbeitsplatz mit ihrem iPad komplett bestücken können. Das bedeutet, außer dem iPad braucht man gar nichts mehr. Dann möchte man aber halt einen größeren Bildschirm haben. Wie gesagt, das war ja nun schon vorhin Thema. Jetzt könnte ich mir halt bei AFB günstig einen Monitor besorgen, also einen Bildschirm und den über HDMI oder über Apple TV an das iPad anschließen, dann noch eine Tastatur dazu und schon habe ich zu Hause meinen großen Arbeitsplatz. Ja, auf dem Bildschirm, dem großen, kann ich natürlich nicht tippen, aber mit iOS und iPadOS 13 und noch viel stärker jetzt mit iPad und iOS 14 ist es eben gut möglich mit einer Maus zu arbeiten. Insofern kann ich ja auf dem großen Bildschirm dann mit einer Maus arbeiten und brauche nicht, um den auf den Bildschirm zu drücken. In bestimmten Apps muss das sein, das verstehe ich schon, aber für, sagen wir mal, langes Lesen oder Schreiben oder Korrigieren, ja, korrigieren mit dem Stift dann schon wieder nicht, aber wie gesagt, fürs Lesen oder Schreiben oder auch Filme sehen, kann ich mir das sehr gut vorstellen, das iPad eben an ein großes Display anzuschließen, einen Bildschirm und das kann ich eben bei AFB bekommen und bevor ich hier Werbung für Amazon mache, denke ich mir, kann man doch auf so etwas mal hinweisen. Nur mal zum Test, Shop, Online-Shop, Shops, gehe ich mal zu den Shops, weil man kann auch hinfahren, die haben also wirklich diverse Standorte, wie wir hier schon ganz schnell sehen können, auch über Deutschland hinaus. Wir sind nun mal hier in der Nähe von Hannover, von daher gucke ich mal da rein, Hannover, da gibt es tatsächlich einen Shop in der Mehlbaumstraße und ja, da fahre ich demnächst hin und kaufe mir einen Bildschirm, kann ich euch sehr empfehlen, viel Spaß dabei. Das war es nun endlich, super viele Informationen, wir hoffen, Sie helfen bei der Auswahl und wir wünschen natürlich viel Spaß bei der Arbeit und in der Schule mit den iPads und möchten natürlich gerne zum Schluss auf unseren YouTube-Kanal bzw. auf unseren Podcast verweisen, den findet man bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Pocketcasts, bei Overcasts, überall natürlich, auch bei YouTube und vielleicht sehen wir uns ja in the next one. Und dann sehen wir uns ja in der nächsten one. Untertitelung des ZDF, 2020